Jo, was nehmen wir denn? Standard. Hm, rotes Licht. Rotes Licht, bestes Zeichen. Ah. Geschütztürme. Hm. Hm. Naja, solange die sich darum kümmern, ist ja gut. Ja, ja. Beschäftigt euch mal schön, dann gehen wir so lang weiter. Noch irgendwas? Nö. Ja. Ja, einen alten Schuh können wir eventuell mitnehmen. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt hier insgesamt drei Schuhe haben? Wie ist das denn passiert? Hm. Ich hätte gern wieder eine Maske. Ich hätte echt gern wieder eine Maske. Hast du eine Maske für uns? Oder den ganzen Anzug? Health brauchen wir gerade nicht. Habe ich jetzt hier vielleicht irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ne. Na gut, ist nicht so schlimm. Dann machen wir es eben so. Passt schon. Hier eventuell. Auch nicht. Ja, kriegen aber noch Polly mehr. So, so. Ei, ei, ei. Ha, 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 ha. Hören wir da runter? Ja. Können wir offenbar. Ich trau dem ganzen Braten überhaupt nicht. Ganz ehrlich? Es ist zu ruhig. Aha. Tja, was machen wir denn damit? Wir haben aber noch eine. Ah. Keine Ahnung. Können wir ja mal nehmen. So. Also mich stört es jetzt nicht so doll. Ich weiß nicht. Ach, sieht man gar nichts, ne? Ich glaube hinterher auf dem Monitor sieht man davon gar nichts. Ich sehe durchaus peripher hier die Nüpsels von dieser Maske. Oh, ist in Ordnung. Entschuldigung. Darf ich mal? Dankeschön. Zack. Keine Ahnung, wozu ich das überhaupt noch mitnehme. Wir haben eigentlich schon so gut wie alles, was ich gerne haben wollen würde. Also. Und das hier schubsen, ja. Hä? Interessant. Aha. Und? Komme ich da irgendwie rüber? Ah. Ah. Hier vielleicht. So. 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 Gut. Ja. Fast. Oh. Äh. Wenn es mich halt schon so anlacht. Wie geht's? Kollege! Hier geht's. Was? Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich flachsen? Mann, Mann, Mann. Toll. Sollen wir ein Laservisier treffen? Trotzdem noch schlechter. Als zuvor. Sollen wir hier mal reingucken? Lohnt das? Ist die Frage. Aus. Nein. Nochmal. Nochmal das Ganze. Es wird langsam so ein bisschen voll auf dem, nennen wir es mal, Screen. Ach, du heilige. Oh je. Ich weiß manchmal wirklich nicht, ob das nicht besser ist, es einfach still stehen zu lassen. Ich probiere es mal. Wie mache ich das? Wie mache ich das am besten? Äh. So. Ja. Ich müsste jetzt so da irgendwie da hinten hin. Ach komm, einmal probieren wir es noch. Wie ich mich kenne, werde ich das auch noch mehrfach probieren, wenn ich jetzt fail. Also. Warten, bis das Rote weg ist. Hm. Hm. Sind die Rätsel, die ich am... Na, was ist Rätsel? Diese Geschicklichkeitsübung, die ich am wenigsten mag. Warten, bis das Rote weg ist. Genau. Genau. Ja. Ah. Und komm schon. Komm schon. Jawohl. Uh. Hat sich wenigstens gelohnt. Ähm. Wir sind voll. Wir sind voll. Ja, großartig. Aber weiß man ja nicht. Tja, dann können wir es hier liegen lassen. Ah. Noch zu. Naja. Werden wir gleich bestimmt irgendwie anderweitig hinkommen, oder? Ja. Hier ist ein... ein verdächtiger Ausschnitt im Zaun. Ah. Die Controls. Sehr gut. Ja. Also, das sollte man nicht machen. Das steht hier nämlich. Ne? Ah. Da brauche ich jetzt auch kein Russisch für lesen können. So, wie sieht's aus? Ähm. Aha. Was ist das? Was ist das? Ah, da. Ah. So. Und sind das hier noch Knöpfchen? Nee. 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 Aha. Bin ich irgendwie mit beiden gleichzeitig? Kann ich auch theoretisch. Was ist denn überhaupt der Plan? Kann ich da... Ja, ja. Genau. Da aufmachen. Ähm. Dann komme ich da hin. Und dann... Kann ich da klettern oder so. Ich weiß es noch nicht. Aha. Dann könnte ich da aufmachen. Bestimmt kann man die Bretter da wegmachen. Und wie weit runter geht das? Ja, das ist dann doof. Dann kann ich da rüberjumpen, eventuell. Aha. Jo. Dann steht das hier noch im Weg. Was machen wir denn damit? Kann ich das so wackeln lassen? Nee. Nee. Das funktioniert nicht. Ups. Ups, ups, ups. Kann ich... Das Anschießen macht keinen Sinn, dass sich das irgendwie so ein bisschen dreht, aber... Nee, wahrscheinlich muss ich die Winde da... Gibt es hier noch irgendwelche Controls, eventuell? Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Hm. Zum Beispiel die da. Das hätte jetzt auch länger dauern können. Äh, das war's? Das war's? Nee. Nee, nee. So, eventuell. Kollege. Was machst du da? Was machst du da? Schießbudenfigur. So. Oh, der ist... Äh, doch, der ist noch da. Ja, und jetzt? Hm. Jetzt kommt der hier angescheißert. Ja, kleine Racker. Ja. Kleiner Racker. Hier kommen wir aber trotzdem nicht durch. Hm. Ist hier noch irgendwas zu holen? Naja, vielleicht werden wir es ja gleich erfahren. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ah. Ah, ich verstehe. Es ergibt sich da... Nee. Es ergibt sich langsam ein Bild. Aua, 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 aua. Wo ist er? Wo ist er? Nein, graues Bild. Ah, jetzt geht's wieder. Komm schon. Ja. Reloading. Ai, aua, aua... Aua, voll in die Fresse. owiad vr... BÄÄM. Voll in die Fresse. Bäm, voll in die Fresse. heute wieder. Informatiker Sport Deluxe. Ups. Ja, so geht's auch. Was ist er? Der will mir auch noch ans Leder. Was? Mann, Mann, Mann. Und was kriegen wir dafür? Wir kriegen Rotlicht. What? Infestation Control. Achso. Ja, da können wir aufmachen. Gut, wir hätten ein Helm im Angebot. Wir haben eine Spüliflasche im Moment. Die mag ich. So. Haben wir das auch nochmal gemacht. Ist das was? Achso, ein... Das sind so... Äh, Zange. Kann ich aber nicht bewegen. Na, sowas. Äh, dada, dada. Ein bisschen Werkzeug. Ei, ei, ei. Schmutziger Monitor. Ein Riesenrechner. Boah, ist der riesig. Der ist wirklich groß. Monster Tower ist nämlich der Formfaktor. Ups. Läschenrechner. Was ist das eigentlich mit diesen offenen Sardinen-Dosen hier überall? Räumt euren Scheiß doch halt weg. Nö. Nö. Ja. Ein bisschen viel Arbeit für wenig Gain. Aber naja, gut. Ich will mich ja nicht zu sehr beschweren. Nur ein bisschen. Puh. Oh. Können wir auch noch... Kann ich? Kann ich? Ja, kann ich. Und ganz ohne... ganz ohne Brechstange. Und was ist das jetzt? Hier komme ich da hin? Nein, schade. Ich dachte schon, jetzt kommt hier irgendwie Easter Egg oder so. Na gut. All righty. So, dann probieren wir jetzt nochmal das, was wir eigentlich vorhatten. Da ist sogar ein Nagel drin. Ich mag das mit den Brettern. Das ist irgendwie auch sehr, sehr immersiv. Funktioniert alles sehr gut. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Und hier sind keine Hebel. Abgefallen. Zack. So, haben wir es jetzt. Haben wir es jetzt also. Ah. Doch noch eine Station. Alex, wir sind jetzt nahe zu der Valt. Ja. Du hast nicht mehr Chancen, um deinen Resin zu nutzen. Hm. Wait. Ich will sehen, ob es da noch eine Ausgabe ist, die ich nutzen kann. Ich kann nicht glauben, dass meine Pistole es so weit gemacht haben. Ich dachte, es zu Gordon geben. Okay, okay, okay. Wir haben sogar einen expliziten Hinweis darauf, dass das die letzte Chance sein könnte. Na, schau einer an. Oder eine der letzten Chancen. Aber, naja. Ich würde fast mal behaupten, könnte die letzte sein. Äh. Dann müssen wir da. So. Und. Dö, 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 dö. So. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich gern upgraden wollen würde. Hier haben wir... Ah, gut. Hier wären tatsächlich noch interessante Sachen. Doppelschuss Selbstlader klingt gut. Mechanischen Patronenlader zum schnellen Laden der Flinte. Das klingt echt gut, aber dafür haben wir bei weitem nicht genug Zeug. Hier gab es, glaube ich, irgendwie noch ein Dauerfeuer. Das ist erstens zu teuer, zweitens bei der Pistole glaube ich eher nicht, dass ich das haben wollen würde und hier haben wir eh alles. Dann lassen wir es so, wie es ist und fertig. So. So. Kollegen. Lasst mich mal durch. Dankeschön. Also dieses Lächeln. Dieser Lächelmund. Schon schön. Dieser Kussmund wieder. Wenn hier nichts dahinter ist, das würde mich doch sehr wundern. Soll ich mal eben neugierigerweise gucken? Nichts. Nichts. Kann man einfach nur in den Tod springen? Na toll. Okay. Dann eben nicht. Na dann. Ab ins Licht. Health können wir tatsächlich nehmen. Das ist sehr gut. Oh ja. Ist hier noch irgendwas zum Aufladen? Hier haben wir noch ein Kistchen. Ah ja. Oh Mann. Aber ehrlich gesagt so ein bisschen Angst. Kommt jetzt noch der große Kampf. Ich bin doch jetzt nach nach zweieinhalb Stunden Strömen. Nach zweieinhalb Stunden auf dem Bein bin ich doch langsam so ein bisschen kaputt. Aber das werden wir jetzt schon noch durchziehen, oder? Ich glaube schon. Oh oh. Ah. Oh Mann. Tun tatsächlich langsam die Füße weh schon vom Stehen. Oh nee. So ein Fetti. Mit links. Mit links. Ist nicht meine starke Hand. Sehr gut. Cool. Das tat aber weh. Das tat aber mehr weh als ich dachte. Ah. Ich hätte noch mal zurückgehen sollen, oder? Egal. Was soll's. Hm. Dann gibt es sogar noch mehr. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ne, Kollege. Ehe. Ah. So. Ihr sagt Bescheid, wenn man meinen Arsch sieht, ne? In die Hose rutscht. Na, wo seid ihr? Oh ja. Oh. Gut. Ah, das tat weh. Oh, wieder so ein Fetti. Ich brauch mehr Nades. Ich brauch eigentlich mehr... Ai, 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 ai. Hahaha. Mehr Nades. Scheiße. Oh, scheiße. Naja, was will man machen? Wo ist er überhaupt? Da hinten? Naja. Hier liegen bestimmt Nades rum, aber ich seh sie nicht. Huch. War das Ballern auf einmal weg. Hä, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, da. Ist das Ding schon explodiert? Nee. Scheiße. Shit. Oh, übel. Oh, übel. Au, 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 au. Nicht cool. Was denn Nades? Wow. Da war eben eine. Oh, scheiße. Boah. Ich muss noch ein bisschen nachladen. Er ist wohl. Toll. Wir haben ja Zeit, ne? Ich hoffe, wir haben Zeit. Oh, es sieht nicht gut aus. Ja, es sieht nicht gut aus. Boah. Jawohl. Das ist cool. Ich mach mal eben eine Speicherung. Speichern. Weil das so einigermaßen lief. Au, 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 au. Ja, großartig. Echt toll. Scheiße. Scheiße. Schaffen das irgendwie? Nein, 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 nein. Oh. Oh, 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 au, 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 au. Oh, scheiße. Ich glaube, ich heile mich noch ein bisschen. Ich heile mich noch ein bisschen. Äh. So. Okay. Okay. Jawohl. Oh. Das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Äh. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Oh. Das ist schon echt cool, Mann. Das ist schon echt geil. Mhm. Oh, jetzt? Sonst noch jemand? Oder haben wir uns ausgeschissen? Puh. Oh. Ja, noch was? Nicht. Okay. Dann ist ja gut. Oh ja, da können wir noch was mitnehmen. Zack. Nice. So. Dann machen wir ja einmal auf und gucken weiter. Aha. Können wir da etwa hoch? Ich vermute fast ja. Äh. Wie sieht's mit der Waffe aus? Da können wir noch was nach... Na. Können wir noch was nachladen. Oh. Jawohl. Schön. Da, dit, 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 da. Äh. Ja. Ich seh dich. Dich auch. Ja, ist es denn? So. Mal ein bisschen aufzuppeln hier. Zack. 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 Höh. Wow. Oh. Ich hab's fallen lassen. Brauch ich noch was? Nicht. Hm. Na, dann lassen wir's. Dann lassen wir's eben so. Oh. Da. Da versteckt er sich. Seht ihr ihn? Ja, 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 ja. Die Sau. Die Sau. Oh, 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 oh. Shit. Ja. Gut. Äh, wohin? Dahin, da, 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 da. Ja, 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 ja. Aha. Oh, oh. Ist aber nur ein kleiner. Kleiner Racker. Oh. Ich glaub, wir haben wieder ein Upsi gemacht. Nichts? Echt? Schade. Sehr schade. Können wir auch noch was reinstopfen. Was hier so auf kurze Distanz passiert alles. Dann können wir auch mal die Schrot nehmen. Äh, es ist so halb nah. Äh, es ist so... Nicht so. Wah. Fast. Na, komm ran. Hi. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Ui, sind wir schon hoch. Genau das Richtige. Für meine Höhenangst. Da ist eine Kontrollruppe. Yes. Ich sehe es. Wir sind fast da. Oh, ja, bitte. Och, wir brauchen Feierab-Bierchen. Ach, wenn's schon hier liegt. Oh, oh. Nein. Echt nicht mehr viel Ammo. Wo ist hier was? Da. Ich hör doch was. Ja. Mhm. Ja. Haben wir ihn? Ich hoffe. Aha, okay. Okay, 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 okay. Noch ein bisschen helfen, du. Eigentlich nicht. Wahaha. Hast du dich da? Ja, Dad. Es sieht, wie du kannst, du kannst in die Valt von dort. Es ist ein Terminal, der den Bruch an die Entrennung. Was ist die Sicherheit in der Mitte? Ich habe es alles vor mir gelegt und ich werde dir sagen, es ist Sicherheit. Aber ich habe nie etwas wie es gesehen. Es macht keinen Sinn. Ich glaube, ich werde improvisieren. Oh, nein, keine Angst, honey. Ich werde es herausfinden. Hey, 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 hey. Mhm. Gut. So weit, so gut. Ich habe das Gefühl, der schlimme Teil kommt noch. Oh. Alex, in die Mitte. Die Kontrollen schicken die Valt zu der Station. Auf. Ah, du heilig. Ich habe ihn. Okay. All right. Hier wir gehen. Time to go rescue the Savior of Humanity. You know, honey, you haven't been doing too bad yourself. Earth could have used you in the Seven-Oper War. Maybe we need a glass of eight. All right. Looks like the bridge is fully extended. Just need to gently dock the vault to the bridge. How far can that be? Oh, God. Okay. Well, one of these has to bring in the vault for Donnie. Right? Right? Almost certainly. Just pick one. Immediately. Uh, maybe? Uh, nicht. Uh, Alex, the bridge isn't moving. Why is the bridge not moving? I know. Russ, I can see it not moving. Uh, 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 uh. Oh, oh, oh. Yeah, it doesn't look good. Ugh. Und jetzt? Oh. Oh, God. Alex, Alex! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Woah, oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Drücke zum Starten auf Trigger, na dann. Ah, ah. Alex! Alex! Alex, are you okay? I, I, I think I just killed Gordie Freyman. Mike! The vault is right there! Just go and get him! What's left of them? Ha, ha. Ha, ha, ha. Der hält das aus. Kein Problem. Ach, du Scheiße. Was haben wir getan? Oh, 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 oh. Kein Wunder, dass wir ein kleines Autschi gekriegt haben. Einmal Smiley-Pflaster drauf. Ein großes Smiley-Pflaster. Einen großen, breiten Grinsen. Gut, dass mir erst noch aufgefallen ist, dass wir out of health sind. Ähm. Hm. Hm. Das sieht mir ganz richtig aus. Och nee, ey. Habt ihr keine anderen Probleme? Scheiße. Aha. Hätten wir vielleicht auch so machen können. Dann einfach so stealthy, so von hinten. Kollege, hast du Ammo? Nee. Ach nö, müssen wir echt nochmal hacken. Sollen wir das wirklich tun? Na gut, weil es so schön ist. Ah, kann man ja von allen Seiten jetzt was. Ah. Oh Mann, genau entgegengesetzt. Entgegengesetzte Seite. Ah. War genau ein rotes auf dem... auf dem Blau. Ich hasse es. Ich bin zu ungeduldig schon. Hm. Okay, noch einmal. Nein, nein. 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 Hm. So, wohin? Ich sehe es gar nicht. Ah, da hinten. Nein, so knapp davor. So knapp davor. Aber wenn es hier noch ein bisschen Moon gibt, zum Beispiel für die Combine-Waffe, würde ich halt schon hier mitnehmen. Ich sehe es gar nicht. Schlimm. Hallo. Hallo, Dragonbite. Ehi, oi, 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 oi. Alter Schalter. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Ich bin schon fast drei Stunden dabei. Langsam geht die... Waaah, die Energie aus. Das ist immer so blöd hier. Es ist halt dann auch so, so rum. Damit man nicht in die Kugel reingeht mit dem Gerät hier. So, jetzt. Nein! Der hat gerade noch einen Knick gemacht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, Dragonbyte hat auch vorhin schon Nachladen gesagt. Habe ich gar nicht gesehen, den Namen. Weil die letzte Zeile hier so blöd abgeschnitten ist. Ah. Ich kann die letzte Zeile echt nicht erkennen. Ich muss noch eine Zeile schreiben. Ich habe leider das verkarkt. Dass das Bild unten ein bisschen abgeschnitten ist hier gerade. Die machen tatsächlich Knicke. Was wird denn da wohl drin sein? Wahrscheinlich ein Kaugummi. Eine Packung Kaugummi. Eine Packung Tick-Tack. Müssen wir hin, da nach unten. Und gerade geht... Oh! Also. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen... Das hier nehme ich, aber hallo. Das hier nehme ich, aber hallo. Das hier nehme ich, aber hallo. Und das hier lade ich... ...derekt nach. So. Boah. Tut schon die Hände weh. Ah. Wir schaffen's. Wir schaffen es. Huch. Hm. Ha ha. She's here. Aber hallo. Strider. Deaktiviert. Puh. Glückwunsch da. Könntest du dir das Ding beschleunigen, den Weg zu verhindern? Oh Mann. Reise. Huch. 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 Ähm. Ha. 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 Oh ja. In der Tat. Ähm. Aha. Crawl-Lift. Mmh. Wird bestimmt funktionieren. Gar kein Problem. Hm. Und? Tut sich was? Vielleicht müssen wir hier irgendwas... Äh. Naja. Also. Eventuell. Hüßüßü. Nicht. Ah. Wird irgendwo nach da oben, wa? Ah. Wie wär's denn damit? Ja. Natürlich. Oh. Begehbarer Schrank. Ähm. Äh. Einmal da. Einmal hier. Ja. Äh. 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 Und jetzt? Und jetzt? Wah. Und jetzt? Irgendwas aktiviert? Nee, oder? Oh. Ähm. Kann es sein, dass wir hier mal dran wackeln müssen? Irgendwie? Können wir das hier hochheben? Ah. Wir können's hochheben. Okay. Interessant. Ah. La 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 la. Du denkst nicht, dass die Controller genau, genau genug dafür sind? Oh, die sind schon ziemlich genau. Die sind schon ziemlich akkurat, ey. Weiß ich nicht. Also. Hatte ich jetzt eigentlich keine Probleme mit. Muss jetzt auch nicht mit jedem Finger genau irgendwie, genau irgendwas treffen. Oder so hier, was, was das Greifen angeht. Das ist nicht so schlimm. Ich benutze sowieso meist die, die Trigger. Ähm. Aber zumindest fliegen einem die Controller nicht weg. Das ist schon ganz gut. Ah. Sack. Und jetzt? Hier? Hier? Irgendwie? Ja, ja. Und, äh, weiter geht's? Schätze ich. Aha. Mhm, mhm, mhm. Ja. Sieht gut aus. Das muss brennen. Das ist jetzt richtig. Hier ist alles gut. Und jetzt? Und hier runter? Okay. Jetzt ist es weg. Ah, jetzt leuchtet's auch grün. Alex, ich versuche, sich aus der Linie. Oh, 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 oh. Ich versuche mich. Ich versuche mich. Scheiße. Kann ich da schnell hin? Kann ich da eventuell schnell hin? Hahaha. Hahaha. Hahahaha. Schnell, 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 schnell. Alter. Oh nein. Oh Gott, ja geil, echt geil. Ich glaube kämpfen kann man vergessen. Scheibenkleister, oh, hey wir sind in Wohnung, das freut mich aber, oh nein, oh Gott. Oh nein, da flog was. Nein. Schatze. Kacke. So, das war der. Ja. Oh. Jawoll. Oh. Oh. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 kacke, das sieht nicht gut aus. Haben wir irgendwo ein Health-Ding? Sie bestimmt, oder? Soll ich mir ja sparen? Hm, ich würde fast versuchen. Ja, super. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein! Au! Au! Und jetzt? Boah, habe ich aber gerade so überlebt, aber nicht mehr lang. Scheiße. Was mache ich als erstes? Den hier. Haben wir die wenigstens ein bisschen erwischt? Ich weiß es nicht. Au. Hahaha. Lustig. Nein. Echt lustig. Hahaha. Da haben wir unser Health. Boah, ist das hart, ey. Puh. Puh. Boah, ich bin völlig fertig. Musste echt was trinken. Oh nein. Ja. Wie sie auch schlüstert. Ich lasse das so. Oh, Alter. Oh, Alter. Was für ein Endstress. Was für ein Endstress. So, und jetzt? Haben wir hier noch was? Mhm. Haben wir. In der Tat. Na gut, das brauchen wir jetzt akut nicht. Nehme ich mal eins mit. Nein. Hohohoho. Na und jetzt? Na gut. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Würde ich ja gern. Egal. Aha. Jawohl. Nein. Jawohl. Noch mal. Komm schon. Oh Gott. Ja. We did it. We did it. Jetzt müssen wir da uns reinstellen. Vielleicht. Müssen wir da reinjumpen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sogar ganz unsicher. Ich müssen wir da irgendwie rum. Ne. Hier geht es nicht weiter. Huch. Äh. Äh. Ach so. Ist hier nur so ein Schutz. Ach hier. Ja. Ja. Ah. Woah. Ja. Okay. Ich gehe jetzt. Äh. Es stößt auf ein viel Interferenz. Ich werde nicht mit dir sprechen. Nein. Wahrscheinlich nicht. Also äh. Das ist es. Ja. Und dann kommst du mit Gordon. So alles ist fertig. Klar. Everything will be fine Ross. Talk to you soon. What? Why? Bitte was? Dad? Dad? Bitte was?